...nicht zu merken und Luzius! Und Tugnate! Pro und Laien, der Netzwoch. Schöner Treffer, aber heute ist es ein Tugnate. Tugnate! 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 Und Tugnate! 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 Dieses Netz wicke mich acht Kilo, also es ist durchaus nicht leicht zu werfen. Mons wartet geduldig ab und wird nicht eingefangen. Tugnate! Tugnate, Tugnate, Tugnate! Hoch sieht das Spinsen unter Mons' Helm. Tugnate! Hoch! Wurderst du getroffen? Leichte Kratzer hier. Ich hab den Schnee in der Schulter zuerst gesehen, du? Ich würd sagen Doppel. Wie siehst du das? Doppel, okay. Doppel, in die Mitte? Pro Glatte! Uns lasst uns immer wieder an dieser Dreizackspitze vorbeizukommen. Denn von dir geht die größte Fahr aus. Auf dem Weg! Auf dem Weg! Kratzer! Kratzer! Sonst kommt vorbei! Nee, ich hab mich nicht getroffen. Gar nicht. Also hier nichts, guck doch! Siehste, das war doch von neben. Na, Videobeweis gab's damals noch nicht. So schnell haben die nicht auf Fergament gemalt. Kratzer! Komm Jungs, gebt doch mal alles! Und Sie sehen, obwohl Montius weniger Rüstung trägt, wird er die ganze Zeit von Mons durch die Arena gesteucht. Man muss sich bei diesem Kampf viel in die Krampf einteilen. Denn auf dieser Dreizeit wird man schwer. Ja, die Deckung geht wieder zu von Mons. Und immer wieder wischt Mons den Dreizeit mit seinem Schweden weg. Alunzl ist versucht, den Schild aufzuhakeln. Kommt aber nicht durch. Und diese ständigen Kurzsprints, die kosten so viel Kraft. Da waren die Kraft gerade auch alle. Und es heißt umgehen Sperg, Sie können sich vielleicht denken, warum. Wer wird diesen Kampf für sich entscheiden? Monz oder Lucius? Und wieder mit vier gegen die Füße gegangen von Lucius. Spät über die Brust von Monz.